Wir zeigen hier Ecolift, eine Neuheit im Bereich der Rückstausicherungen, die die Vorteile des Rückstauverschlusses mit der Sicherheit der Hebeanlage verbindet. Das heißt, Sie können hier Energie sparen, Sie haben keine Geräusche im Gebäude, Sie müssen nur dann Strom einsetzen, wenn der Kanal voll ist, das heißt Rückstau ansteht. Das ist eine Lösung, die in Sachen Nachhaltigkeit ganz viel zu bieten hat, die Energie spart, trotzdem eine sichere Entwässerung gewährleistet.